So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem nächsten Empfehlungsvideo. Heute geht es um zwei Personenspiele, die so bis zu einer halben Stunde dauern. Ich werde dann noch ein Video machen über Spiele, die so 30 bis 60 Minuten dauern, 60 bis so 120 Minuten und dann eben nochmal alles über zwei Stunden, weil es gibt einfach so unfassbar viele gute Empfehlenswerte zwei Spielerspiele. Und wenn ich jetzt nur ein Video mit den Top Ten zwei Spielerspielen machen würde, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Ich werde auch noch ein Video über Kampagnen-Spiele machen, die gut zu zweit funktionieren und dementsprechend auch vom Anspruchsgrad her meistens ist, je länger, desto komplexer. Das heißt, in dem Video jetzt sind größtenteils eher einfach gehaltene Spiele drin, die dann eben dementsprechend auch schnell gespielt sind. Im nächsten Video werden auch dann noch ein paar einfachere Spiele drin sein, aber auch schon, die ein bisschen mehr Einarbeitung erfordern. Und je länger die Spiele dauern, umso anspruchsvoller sind die dann, umso mehr Regeln, muss man meistens lesen, lohnt sich dann meistens auch. Aber ich möchte einfach in dieser Videoreihe für jeden was dabei haben, sowohl für den Hardcore-Vielspieler als auch für die Leute, die sagen, na, ich suche eher was so für gelegentlich mal zwischendurch, ein bisschen zur Abwechslung, dann auch vielleicht mal so zwei, drei Partien am Stück. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, wie üblich habe ich die einfach alphabetisch sortiert, sprich, das ist jetzt keine Wertung, das erste Spiel ist nicht das Schwächste, das letzte ist nicht automatisch das Beste. Los geht es dementsprechend mit Seven Wonders Duel. Das ist die Zweispieler-Version von dem bekannten Draft-Spiel Seven Wonders. Die meisten Leute werden auch von Seven Wonders Duel gehört haben. Das große Spiel hatte halt nur so eine eingeschränkte Zweispieler-Version, die nicht so wirklich toll funktioniert hat. Bei Seven Wonders Duel wurde das Ganze eben umgesetzt für zwei Spieler, sprich, wir haben so Karten pyramidenförmig aufgebaut. Immer Karten, die man sieht, Karten, die man nicht sieht, Karten, die man sieht. Und wer dann dran ist, kann sich einfach eine Karte nehmen, in seine Auslage tun und sobald halt eine verdeckte Karte, da liegen ja meistens immer zwei Karten drüber, wenn die halt beide weg sind, wird die aufgedeckt. Und dann kann man halt immer entscheiden, okay, nehme ich jetzt auch noch aus der Reihe hier Karten weg oder aus der darüber liegenden Reihe. Und die Karten haben halt wie beim normalen Seven Wonders verschiedene Aspekte. Mal bekommt man mehr militärische Stärke, mal einfach Siegpunkte, mal irgendwelche Marktkarten, mal irgendwelche Ressourcenkarten. Man spielt auch da drei Zeitalter durch und wie die Karten halt ins Spiel kommen, normalerweise werden die immer gedraftet und da ist ein bisschen Zufall drin. In der großen Version, in der kleinen Version ist immer wichtig, wo liegen die Karten, wann habe ich da drauf Zugriff. Auch immer so ein bisschen taktisch vorgehen, wenn ich jetzt die Karten nehme, kann man mitspieler sich die andere nehmen, weil die dann frei liegt. Und es gibt tatsächlich mehr Raten, das Spiel zu gewinnen. Man kann zum Beispiel irgendwie militärisch gewinnen. Ich glaube, es gibt auch einen Kultursieg, wenn es einfach ganz normal zu Ende geht, dann gewinnt einfach der mit den meisten Punkten. Und das ist ganz spannend, weil ähnlich wie beim normalen Seven Wonders spielen wir uns zwar eigentlich immer mit den gleichen Karten, aber dadurch, dass die immer verteilter liegen, man zum anderen Zeitpunkt an diese Karten rankommt, muss man immer wieder genau überlegen, wie mache ich das jetzt, wie gehe ich vor. Es gibt auch schon mindestens eine Erweiterung dafür. Ich glaube, das ist bisher auch noch die einzige. Würde mich nicht wundern, wenn es auch noch mal mehr Erweiterungen für geht. Und das Spiel, man spielt so drei Phasen, die jeweils immer zehn Minuten ungefähr dauern. Man ist also in ungefähr ziemlich genau einer halben Stunde durch und kann dann eigentlich das Ganze wieder und wieder und wieder spielen. Also der Normalfaktor ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch dabei. Agricola, die Bauern und das liebe Vieh, ist die kurze Zwei-Personen-Variante von dem großen Agricola, mit dem Uwe Rosenberg ja quasi seinen Durchbruch bei den Kenner- und teilweise auch schon Experten-Spielen geschafft hat. Die Version hier ist viel reduziert, aber im großen Agricola gibt es ja die Feldwirtschaft, die Viehwirtschaft. Und hier geht es eben nur um das Vieh, wie auch der Untertitel schon sagt. Sprich, wir haben auch so ein Worker-Placement-Spiel, wo wir unsere Arbeiter auf bestimmte Aktionsfelder setzen können, dann die Aktion machen können. Sprich, wir bekommen Ressourcenholz, damit können wir irgendwelche Zäune bauen, haben dann eine Wiese, können dann einen Stall drauf bauen, können da vielleicht irgendwelche Schafe oder Rinder reinsetzen, die sich dann vermehren, wofür wir dann Punkte bekommen. Und wir haben eben auch bestimmte Gebäude zur Auswahl, die wir dann bauen können. Und die Gebäude machen das Spiel jedes Mal anders, weil die uns eben immer neue Sonderfähigkeiten quasi geben. Die Erweiterungen, die es dazu gibt, bringen eben auch immer nochmal neue Gebäude rein. Und das ist wirklich pfiffig clever, auch schon ein anspruchsvolles Spiel, das aber sehr einfach gehalten ist, was man auch ganz gut nehmen kann. Wenn man jetzt überlegt, naja, das große Agricola, ist das jetzt was für mich, komme ich damit klar oder nicht? Spielt erstmal das kleine Agricola, das ist immer so in ungefähr genau einer halben Stunde gespielt. Und wenn man da ein paar Partien von gespielt hat und sagt, okay, ich möchte es gerne noch ein bisschen anspruchsvoller haben, dann kann man sich das große Agricola holen, was man dann auch zu zweit, wenn man es kann, ungefähr einer Stunde gespielt hat. Dann Codenames Duet, das ist die Zweispieler-Version von dem bekannten Spiel Codenames. Das war ja vor ein paar Jahren mal Spiel des Jahres. Es ist so ein Wortspiel, wo man sich gegenseitig clevere Hinweise geben muss. Und normalerweise spielt man das halt in Teams gegeneinander. Die Zweispieler-Version macht jetzt ein kooperatives Spiel daraus. Deswegen man es auch prinzipiell mit mehr Leuten spielen kann, wenn man möchte. Und wenn man halt sagt, na, so in Teams gegeneinander finden wir doof, wir wollen es lieber alle gemeinsam lösen. Und das Gute an Duett, finde ich, ist eben auch, dass man immer dran ist. Weil entweder bin ich halt gerade der, der einen Tipp geben muss. Dann sitze ich halt da und überlege, okay, welche von diesen Wörtern verbinde ich jetzt mit welchem Wort und welche Zahl sage ich dann dazu. Währenddessen kann der andere Spieler aber auch schon mal denken, okay, wenn ich gleich dran bin, welche Wörter verbinde ich dann. Und wenn ich dann einen Tipp gegeben habe, kann ich auch schon mal weiter darüber nachdenken, was ich noch so kombinieren könnte. Und das Spiel ist meiner Meinung nach richtig, richtig, richtig gut. Ich mag die Koop-Variante sehr, man kann die eben auch verlieren, weil man hat eine bestimmte Anzahl an Runden Zeit. Aber wenn ihr auf clevere Wortspiele steht, dann guckt euch Codenames Duett auf jeden Fall mal an. Fugitive ist ein ziemlich cooles Zwei-Personen-Spiel, bei dem wir so ein bisschen Räuber und Gendarm spielen. Der eine Spieler ist quasi der Bankräuber, der gerade was ausgeräumt hat. Und der andere Spieler spielt die Ober-Chefermittlerin, die ihn halt dingfest machen muss. Der hat halt mal Karten auf der Hand in bestimmten Zahlenbereichen, kann die halt verdeckt aufspielen. Er kann auch andere Karten dazu spielen, um seine Bewegung zu pimpen, weil normalerweise darf man sich nur ein bis drei Schritte auf den Karten weiter bewegen. Sprich, wenn ich irgendwie eine Sieben ausgespielt habe, darf die nächste Karte nur eine Acht, Neun oder Zehn sein. Außer, ich spiele halt unter die Karte, die ich danach spiele, irgendwie noch ein, zwei, drei andere Karten. Dann sind da mal so Fußabdrücke, können da drauf sein. Und damit kann ich halt den Bewegungsradius erhöhen. Sprich, spiele ich irgendwie hinter die Sieben eine Karte, wo halt drei Fußabdrücke drauf sind, kann ich halt nicht nur drei weiter sein, sondern halt die Fußabdrücke dazu, also bis zu sechs. Das heißt, ich kann irgendwo zwischen sieben und dreizehn sein. Und der andere Spieler muss halt immer ermitteln, okay, wo ist er gerade? Der muss verhindern, dass der Spieler zu 42 kommt, kann er halt immer sagen, okay, ich rate jetzt alle, dann habe ich dich. Oder er sagt nur, na, ich glaube auch bei den Karten, er zieht auch mal so Karten vom Stapel und weiß dann schon, welche raus sind. Hat vielleicht auch zwischendurch einzelne Karten geraten. Sieht dann auch, welche Pimp-Karten ich dazu gespielt habe, die auch schon raus sind. Und kann dann so nach und nach versuchen, mich dingfest zu machen, meine Möglichkeiten einzuschränken. Ist in 20 Minuten ungefähr gespielt. Oftmals sehr spannend, manchmal auch schon nach irgendwie zwei Zügen vorbei, wenn man einfach zufällig gut geraten hat. Das kann immer funktionieren. Aber gerade, wenn man dann so ein paar Partien am Stück spielt, dann ist es immer so, ja, ich denke, du hast immer das gemacht. Also mache ich jetzt mal was anderes. Aber vielleicht doch wieder das Gleiche, weil du denkst, dass ich denke, es gibt Ereigniskarten da drin, die das Spiel für beide Parteien leichter oder schwerer machen können. Wenn ihr das jetzt spielt und denkt euch, boah, immer gewinnt der Flüchtende, könnt ihr halt Karten reinnehmen, die es für den Marshall einfacher machen. Und eben auch andersrum. Finde ich persönlich super gut, halt klein, kurzweilig, einfach zu lernen, wirklich super einfache Regeln, aber echt unterhaltsam. Ganz schön clever, Roll-and-Ride-Spiel von Wolfgang Warsch. Wir haben jetzt so einen Zettel, haben Würfel in verschiedenen Farben. Wenn wir halt würfeln, können wir uns eine von diesen Zahlen aussuchen, müssen dann aber alle Würfel, die tiefer sind, rausnehmen. Die können sich dann später unsere Mitspieler aussuchen und bei sich eintragen. Und je nachdem, welche Farbe ich genommen habe, habe ich halt bestimmte Regeln, entweder nur aufsteigend oder beliebig frei oder in so ein bestimmtes Bingo-Raster oder ich muss immer den blauen Würfel mit dem weißen Würfel kombinieren. Und dann mache ich da halt Kreuze oder trage die Zahlen ein, bekomme dafür am Ende Punkte. Aber immer wenn ich bestimmte Reihen voll habe oder bestimmte Felder ausgefüllt habe, bekomme ich irgendwelche Extras, dass ich nochmal neu würfeln darf, um vielleicht mein Ergebnis zu verbessern. Oder dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt hier bei grün die dritte Zahl eingetragen, jetzt kriege ich einen Bonus bei blau, da darf ich irgendwas ankreuzen. Dann kreuze ich bei blau vielleicht so an, dass ich irgendeine Reihe voll habe, wo ich dann vielleicht bei gelb nochmal ein Kreuz machen kann, wo ich dann eine Diagonale voll habe, wo ich nochmal einen Würfel mehr wählen kann. Und dann sage ich halt, okay, den Würfel, den ich hier benutze, benutze ich nochmal. Dadurch habe ich jetzt einen Fuchs freigeschaltet, Füchse geben nochmal extra Punkte am Ende. Und das ist halt das Coole an dem Spiel, dass man so Synergien freischaltet. Die ersten 1, 2, 3 Runden macht man nur seine Kreuze, überlegt, dass man die so einsetzt, dass man möglichst viele Punkte rausholt. Und dann geht es halt los und kriege ich hier den Bonus, hier den Bonus, kann ich hier noch was triggern, da noch was triggern. Das macht einfach echt Spaß. Das ist das einzige Roll and Ride Spiel tatsächlich, bei dem ich fast den kompletten Block leer gespielt habe. Als es dann als Handy-Version rausgekommen ist, haben wir es da ganz oft gespielt. Also einfach ein super coole Spiel. Hive geht so ein bisschen Richtung Schach, also auch ein abstraktes Spiel. Wir haben halt viele von diesen Figuren, die haben alle eigene Bewegungsregeln. Und wir bauen halt so ein Hive, so ein Kollektiv. Sprich, ein Spieler legt den ersten Stein bei Spielbeginn in die Mitte. Der andere muss ihn dann dranlegen. Wir müssen ihn dann immer so zusammenlegen, dass es eine Einheit bildet. Aber statt irgendwas hinzulegen, können wir auch sagen, okay, ich möchte gerne diese Figur gemäß ihren Regeln bewegen. Sprich, die Ameise kann immer komplett einmal überhin laufen. Die ist sehr beweglich. Der Grashüpfer kann immer einmal komplett diagonal rüber. Die Spinne kann sich immer genau drei Felder weit bewegen. Denn der Käfer kann auf andere Figuren draufhüpfen, die sich dann nicht mehr bewegen können. Und ich kann natürlich versuchen, mich dann irgendwo wegzubewegen. Dass die Figuren meines Mitspielers vielleicht in so einem langen Strang sind. Dann kann er halt nicht mittendurch eine rausnehmen, weil er den Hive nie auflösen darf. Und mein Ziel ist einfach, die Königin des Gegners komplett einzukesseln. Sowohl mit eigenen als auch mit meinen Stein. Dass die sich nicht mehr bewegen kann. Und dann habe ich das Spiel gewonnen. Und das Spannende ist eben, ich entscheide selbst, wann ich welche Figuren ins Spiel bringe. Das Spielfeld baut sich in der Partie wieder neu auf. Und das Spiel ist wirklich clever. Hat auch wirklich tolles Material. Das kann man ohne Probleme mit an den Strand nehmen oder so. Das verträgt das alles ohne Probleme. Es gibt auch eine Pocket-Version davon, die noch transportabler ist. Also super gut für einen Tracking-Urlaub oder so geeignet. Also solltet ihr euch mal angucken. Ist schon ein bisschen älter. Deswegen hört man nicht mehr ganz so oft davon. Aber wenn ihr euch da mehrere Rezensionen zu durchlesen werdet oder euch Videos dazu anguckt, wie wir hier sehen, ah, das ist schon ein echtes smarter Spiel. Imhotep, das Duell, ist im Prinzip genau wie das große Imhotep. Nur eben genau für zwei Spieler. Dauert auch so ziemlich genau eine halbe Stunde immer. Jeder Spieler hat auch so eine Auslage, wo er halt so Nobilisken bauen kann, Pyramiden bauen kann, Grabkammern bauen kann. Und clever ist eben halt das System, wie wir diese Marker bekommen, mit denen wir an diesen einzelnen Bestandteilen bauen können. Wir haben halt so ein 3x3-Raster, wo halt immer Schiffe am Rand liegen auf zwei Seiten. Und ich kann halt meine Figur hinstellen, der andere kann seine Figur hinstellen, ich kann meine Figuren stellen und sobald irgendwo zwei in einer Reihe oder Spalte sind, kann ich sagen, stopp, statt eine Figur zu stellen, möchte ich gerne das Schiff entladen. Dann wird halt geguckt, der vorderste Spieler in der Reihe oder Spalte bekommt den hintersten von drei Markern auf dem Schiff, der nächste dann den mittleren. Und wenn noch ein dritter ist, gibt es da halt den vorderen Marker. Da muss man immer gucken, was brauche ich, was braucht mein Gegner. Wann macht es Sinn, ein Schiff auszuladen? Will ich jetzt das hier ausladen, was gerade super gut ist für mich? Oder sage ich, ja, lieber doch das, wo ich zwar nicht ganz so viel bekomme, aber ein Mitspieler bekommt irgendwelche Marker, die für ihn wichtig sind, weil er damit richtig viele Punkte machen kann, nicht? Also da habe ich auch gerade einen Kommentar nochmal drunter gelesen, wo auch einer meinte so beim ersten Blick so eher banal und dann aber Video ganz so guckt und dann so, ja, ist doch ganz schön clever. Ohne dabei wirklich super kompliziert zu sein, hat man von den Regeln her sehr schnell verstanden, aber trotzdem auf jeden Fall schon sehr, sehr taktisch. Istanbul, das Würfelspiel ist auch super gut für zwei Leute geeignet, kann man zu zweit in locker 20 Minuten spielen. Bei dem großen Istanbul ging es ja auch nicht darum, die meisten Punkte zu haben, sondern einfach als Erster eine bestimmte Anzahl an diesen roten Rubinen zu haben. Und das ist hier beim Würfelspiel auch so umgesetzt und ganz spannend ist da, normalerweise kennt man es ja bei Würfelspielen, man würfelt und sucht sich dann Würfel raus, legt die beiseite, würfelt nochmal, bildet dann irgendwelche Kombinationen und hier kann man unter normalen Bedingungen nur einmal würfeln mit fünf Würfeln, ich glaube es sind fünf, ja, man kann sich hier noch extra Würfel dazu holen und dann muss ich halt gucken, okay, wie kombiniere ich jetzt diese Würfel? Habe ich gleiche Waren, nehme ich mir dafür einen Warenmarker oder ist das schon die Anzahl an Waren einer Sorte, mit denen ich mir davon so einen Rubinen nehmen kann? Nehme ich mir zum Beispiel einen Rubin bei den Gewürzen runter, weil ich viermal dieses gelbe Symbol gewürfelt habe, dann braucht der nächste Spieler schon fünf und dann irgendwie sechs und dann sieben, sprich muss man doch mal dann überlegen, okay, das schaffe ich mit den fünf Würfeln gar nicht, ich hole mal lieber diesen Marker, um das später nehmen zu können. Man kann sich auch so Sonderplättchen nehmen, die einem irgendwelche Extra-Regeln geben, halt noch einen weiteren Würfel, nochmal neu würfeln, es gibt Karten, die man benutzen kann, mit denen man irgendwelche Effekte triggern kann, also da war ich sehr überrascht von, das kam damals quasi aus dem Nichts und ich fand es richtig, richtig gut, es hat schnell runtergespielt, jetzt auch vom strategischen Anspruch her nicht mit dem großen Istanbul zu vergleichen, aber wenn man sagt, ich hätte das gerne kurz und knackig mit so ein bisschen Zufallselement, weil ich es auch nicht so hart strategisch mag, dann ist das Istanbul-Würfelspiel auch wirklich echt eine coole Sache. So, Jaipur hat ein neues Artwork, kommt irgendwie gerade neu raus, dann müsst ihr mal gucken, ob das gerade in der alten oder neuen Version erhältlich ist, oder es ist eigentlich nur ein kosmetischer Mangel und es ist auch tatsächlich relativ sprachneutral. Ihr könnt euch einfach eine internationale Version bestellen und ladet euch dann die Regeln runter, ich wusste gar nicht, wo da Sprache drin ist. Das ist auch einfach nur ein, ich habe Karten auf der Hand, da liegen Karten in der Auslage, die zeigen halt bestimmte Waren an, ich tausche die Karten halt einfach immer durch, versuche eine bestimmte Anzahl von einer Ware, Karten auf die Hand zu bekommen, spiele die dann aus, je nachdem wie viele das sind, bekomme ich halt entsprechend viele Marker von dieser Ware und gucke eben auch gleichzeitig noch, wie viele Karten habe ich ausgespielt, dann bekomme ich entsprechend, denn du hast so viele Karten ausgespielt, Marker, wo auch nochmal Punkte verdeckt sind und sobald halt irgendwie fast alle Marker weg sind, ist es nur eine Runde zu Ende, wir spielen halt zwei, bis einer zwei Durchgänge gewonnen hat, also auch sehr, sehr, sehr einfach, aber auch immer sehr knifflig von der Entscheidung her, was mache ich jetzt nun, spiele ich die alle aus, dann habe ich erstmal keine Karten, welche Karten nehme ich dann, um bestimmte Karten zu bekommen, auf die ich gerade gehe, muss ich auch manchmal andere Karten ablegen und wenn ich irgendwie gerade auf Gewürze gehe, muss ich vielleicht ein Silber ablegen, um mir dafür noch ein Gewürz zu nehmen, ist aber doof, weil dann kann mein Mitspieler sich vielleicht diese Silberkarten nehmen und wenn er gerade auf Silber geht, will ich das eigentlich auch nicht, weil das ist halt mehr Punkte wert, als meine Gewürze, vielleicht kann ich einfach viel mehr davon ausspielen, kriege ich dann dafür viel mehr Punkte, also man muss auch mal so ein bisschen gucken, ist ein super beliebtes Spiel, werdet ihr eigentlich fast nur positive Kommentare drüber lesen, obwohl es eigentlich von seiner Grundstruktur her, auch wie die meisten Spiele hier, sehr, sehr einfach gehalten ist. So dann Lost Cities, das ganz normale, originale Lost Cities für zwei Personen Kartenspiel, es gibt mittlerweile bei Cosmos noch diverse andere Varianten davon, die alle versuchen, so ein bisschen diesen Geist von Lost Cities aufzugreifen, aber ich empfehle euch das reine zwei Personen Kartenspiel, das ist mega gut, das ist so ein Zockerspiel, nicht wirklich blöffen, aber ich habe halt Karten auf der Hand und muss diese Handkarten irgendwie mal managen, das heißt, ich will halt auf irgendwelche Expeditionen gehen, sobald ich auf eine Expedition gehe, habe ich aber minus 20 Punkte, das heißt, ich muss zusehen, dass ich genug Karten aufspiele, um auf über 20 Punkte zu bekommen, um dann Pluspunkte zu machen, aber ich darf halt auch noch höhere Karten spielen, das heißt, wenn ich irgendwie in Blau sage, okay, ich muss hier mal Karten aufspielen, fange mir eine 5 an und ziehe danach eine 4 nach, denke ich mir, okay, ist irgendwie doof, dann kann ich halt überlegen, ob ich die wegschmeiße, um irgendwie andere Karten zu sammeln, aber vielleicht brauchen wir Mitspieler die dann, oder ich spiele die 5 aus und dann sagen wir Mitspieler, ach, dann spiele ich mal die 1, da gibt es eine Karte nach und sammle erstmal Karten, bis ich in einer Farbe viele Punkte zusammen habe, um da eben richtig Gas zu geben, ich kann auch, bevor ich eine Karte aufspiele, Wettkarten spielen, dass ich sage, okay, ich kriege hier irgendwie Doppelpunkt oder sogar Dreifachpunkte, Problem ist natürlich, wenn ich viele Wettkarten auf der Hand habe, habe ich erstmal wenig andere Karten, ich ziehe mal am Rundenende Karten nach oder nehme ich vom Ablagestapel, das heißt, so eine Wette am Anfang kann auch sehr riskant sein, weil ich weiß gar nicht, komme ich da überhaupt hin, vielleicht habe ich 2 Wettkarten auf der Hand und die 9 und die 10 und sehe mehr Karten gar nicht im Spiel verlaufen, ich muss da doch irgendwann rauskommen und es ist immer so eine kleine Risikoabschätzung, so ein gewisses Blöffen, wo auch immer der Mitspieler dann oftmals da sitzt und ich sage, na, jetzt hast du das gemacht, dann kann ich ja beruhig die weglegen, eigentlich will man auch mal in allen Farbbereichen was anfangen, kann das aber gar nicht, muss man gespielt sehen, das ist immer ein bisschen holprig zu erklären, in so kurzen Worten zumindest, irgendwie habe ich da kein Talent für, aber ich habe das auf jeden Fall live gespielt, mit Stefan diverse Male und es gibt auch, glaube ich, ein Erklärvideo von mir dazu, guckt euch das auf jeden Fall mal an, es ist richtig, richtig, richtig gut. Apo richtig gut ist auch Onitama, geht ähnlich wie Hive, so ein bisschen diese Schachrichtung, wir haben halt so Figuren, müssen die halt irgendwie auf die gegnische Seite bringen, unseren Oba-Sensei, das hat so ein bisschen dieses japanische Thema und dazu haben wir verschiedene Karten, die immer vorgehen, wie wir unsere Figuren bewegen können, davon sind immer fünf im Spiel, zwei habe ich, zwei habe ich mit Mitspieler, eine liegt in der Mitte, wenn ich halt irgendwie dran bin, dann kann ich halt eine von meinen beiden Karten benutzen, gebe die meinem Mitspieler, nehme mir die andere Karte aus der Mitte und das geht dann immer so reih rum, das heißt, immer die gleichen Karten zirkulieren und ich weiß eben auch schon, okay, wenn ich jetzt die Karte benutze, um die Figur so und so zu bewegen, kriege ich die danach eben gleich meinen Mitspieler und kann die dann eben auch benutzen, kann seine Figuren damit so und so bewegen, also kann man da eben auch wirklich schon hart planen, ich habe das mal online im Livestream gegen den Chat gespielt, habe glaube ich haushoch verloren und das Spannende ist eben von den Regeln her eigentlich auch einfach gehalten, aber eben auch abstrakt, so wirklich in weiten Teilen durchplanbar und diese fünf Bewegungskarten, die immer so irgendwelche Figuren zeigen, den Drachen, den Affen oder was auch immer, da gibt es halt ganz, ganz viele von und in jedem Spiel nimmt man immer nur fünf davon, dementsprechend gibt es auch mittlerweile glaube ich schon zwei Erweiterungen, die mindestens nochmal neu von diesen Karten zeigen, die halt neue Bewegungsregeln vorgeben, ich weiß nicht, was die sonst noch so viele Regeln reinbringen, ich habe die noch nicht ausprobiert, aber das Spiel an sich ist eben auch in einer Viertelstunde gespielt, ausmalte so Hardcore-Grübler, die dann 30 Minuten über jeden Zug nachdenken, dann solltet ihr eine Schachruhr nehmen, aber auch ein sehr cleveres Spiel. So, dann Patchwork, das ist ein super beliebtes Zwei-Personen-Spiel, wo wir auch so Teile auf so einen Spielplan puzzeln, so Tetris-Teile, hat auch so einen Glenmore-Mechanismus, sprich derjenige, der hinten ist, ist halt immer dran, sprich, wenn ich mir so ein Teil nehme, je größer, desto mehr Zeit kostet das und dann gehe ich halt voran auf den Spielplan und der andere Spieler ist halt so lange dran, wie er hinten ist und die kosten auch immer Knöpfe, die ich bezahlen muss, Knöpfe sind Siegpunkte, die haben dann teilweise auch Knöpfe aufgedruckt und wenn ich die halt irgendwie puzzeln, habe da ganz viele Knöpfe, sobald ich auf die Wertungsleiste über ein bestimmtes Feld komme, gucke ich halt, wie viele Knöpfe habe ich, so viele bekomme ich dann ins Einkommen, mit denen ich aber auch wieder Teile bezahle, immer gucken muss, okay, was für teure Sachen hole ich mir jetzt, wie schnell gehe ich voran und da muss man halt so ein bisschen die richtige Balance finden, ist auch mittlerweile schon, ich glaube seit sechs oder sieben Jahren auf dem Markt und immer noch richtig beliebt, gibt es auch mittlerweile eine Express-Variante, ich finde persönlich die normale, stinknormale Patchwork-Variante mit einer halben Stunde ist mir jetzt absolut schnell genug, guckt euch das mal an, das ist wirklich richtig gut und sehr, sehr pfiffig. So, Splendor, kann man zu zweit auch locker eine halben Stunde spielen, ist jetzt auch gerade eine neue Version mit einem neuen Cover rausgekommen, ansonsten eigentlich genau das gleiche Spiel, wie schon seit Jahren, das gibt es mittlerweile, glaube ich, auch schon seit sechs Jahren, ist so eine Art Engine Builder, sprich, wir haben bestimmte Karten, die wir uns kaufen können, die uns Punkte bringen, wir brauchen immer so Pokerchips in bestimmten Farben, die, glaube ich, irgendwelche Diamanten, Edelsteine darstellen und wenn ich mir jetzt so eine Karte kaufe, bringt die mir Punkte und wenn die ein bisschen höherwertig ist, hat die auch schon so einen Edelstein aufgedruckt. Das heißt, wenn ich irgendwie für eine bestimmte Karte fünf rote Edelsteine brauche, brauche ich halt eine bestimmte Anzahl Zügen, bevor ich mir diese Pokerchips in den entsprechenden Farben genommen habe, um die damit zu bezahlen, habe ich aber schon eine, wo vielleicht so ein roter Edelstein aufgedruckt ist, brauche ich halt ein weniger für die nächste Karte und wenn da irgendwie ich mir zwei rote Edelsteine genommen habe, kann ich mir halt alles, was zwei rote Edelsteine kostet, einfach so nehmen und teilweise haben die auch noch mehr Kosten, irgendwie zwei rote, einen weißen, einen schwarzen, dann brauche ich halt nur noch die anderen Ressourcen und muss daher versuchen, mir die Karten so gut zusammenzusuchen, dass sie mir zum einen viele Punkte bringen, als auch viele von diesen Edelsteinen, damit ich wieder schneller an diese Karten rankomme. Also wirklich gut gemacht. Es gibt auch eine Erweiterung zu, die das Spiel auch nochmal richtig pimpen soll. Die habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Da könnt ihr gerne mal in den Kommentaren was zu schreiben, wenn ihr die habt. Die ist auch, glaube ich, modular aufgebaut. Also auch da wieder von den Regeln nicht wirklich kompliziert, aber sehr, sehr pfiffig. War, glaube ich, auch mal für das Spiel des Jahres suminiert oder war zumindest auch hier in der Spiegelburg immer so ein ganz heißer Anwärter, wo sie gesagt haben, so, oh, das ist total toll, guckt ihr das mal an. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Und dann Star Realms, wer meinen Kanal länger kennt, hat auch da sicher schon was von gehört. Ein Deckbauspiel, das man erstmal per se mit zwei Spielern spielen kann. Es gibt auch Regeln für mehr Spieler, nur in der reinen Grundversion ist das begrenzt gut. Es gibt auch Hero Realms, das ist das gleiche Spiel, nur mit Fantasy Setting oder Shards of Infinity, das ist auch das gleiche Spiel, bisher, glaube ich, nur auf Englisch verfügbar, was das Konzept auch nochmal aufgreift und noch so ein bisschen verbessert. Aber wenn man sagt, man will das auf Deutsch haben, dann auf jeden Fall Star Realms oder Hero Realms. Und da haben wir halt auch, wir können uns so Raumschriftkarten kaufen in bestimmten Farben. Wenn wir halt gleiche Farben spielen, haben die so Effekte drauf, die sich gegenseitig triggern. Und unser Ziel ist es halt, die gegnerische Flotte auf null Lebenspunkte zu bringen. Man fängt halt mit 50 Lebenspunkten an. Und die Karten können halt Schaden machen, extra viel Schaden machen, dafür sorgen, dass wir Karten aus unserem Deck nehmen können, dass wir Karten nachziehen können, dass wir uns wieder heilen können. Muss ich auch da eben immer gute Karten zusammen kaufen und kann auch so Raumstationen aufspielen, die bestimmte Karten immer triggern, weil die bleiben einfach liegen und manchmal muss auch der Gegner erst die Raumstationen zerstören können, bevor er wieder Schaden auf mich machen kann. Und das ist so meistens so, okay, ich kaufe dir eine Karte, okay, ich kaufe eine Karte, mach dir einen Schaden, okay, ich kaufe die Karte, mach dir irgendwie zwei Schaden, dann mach ich nochmal zwei Schaden, drei Schaden, fünf Schaden, 15 Schaden, 20 Schaden, 50 Schaden, boom, tot. Also das dauert selten länger als, also eine halbe Stunde schon wirklich sehr lang. Wir haben also in der Phase, wo wir es richtig oft gespielt haben, war so eine Partie meistens in 15 bis 20 Minuten zu Ende. Man spielt in Partie, in Partie, in Partie. Es gibt auch da irgendwelche Booster Packs, auch eine kooperative Variante und auch ganz viel anderen Kram. Also auch gerade bei Hero Realms gibt es auch noch irgendwelche Szenarien dafür und so. Könnt ihr mal reingucken. Also preis-leistungsmäßige Star Realms bei mir auf jeden Fall mit eines der günstigsten Spiele, wenn ich es auf gespielte Partien durch Preis runterrechne. So dann, Santorini, auch so ein cleveres, ja nicht wirklich schachmäßiges Spiel, aber es sind auch eigentlich alle Informationen offen. Man kann sich genau ausrechnen, wie der Gegner so potenziell gehen könnte, wobei es halt so viele Möglichkeiten gibt, gerade am Anfang des Spiels, dass man halt immer ein bisschen gucken muss, wie entwickelt sich das Spiel, wie reagiere ich da drauf. Man hat einfach zwei Figuren und man kann einfach immer einen davon bewegen, dann irgendwie bauen und halt bis zu drei Stockwerke hochgehen, wenn man die gebaut hat, sobald ich auf dem dritten Stockwerk bin. Habe ich die Partie gewonnen? Deswegen kann auch der Mitspieler sagen, ah, ich baue hier mal eine Kuppe drauf, dann kommst du nicht drauf oder sobald sich halt die Figuren nicht mehr bewegen können, hat der andere Spieler auch gewonnen. Das wäre erst mal so weit so langweilig. Spannend wird es halt dadurch, dass man vor Spielbeginn sucht sich ein Spieler zwei Gottkarten aus. Diese Götter geben ihm halt bestimmte Sonderfähigkeiten und der andere Spieler darf sich dann aussuchen, welchen Gott er davon spielen möchte und die haben halt alle Spielregeln, die das Spiel komplett verändern. Der eine kann sich zum Beispiel beliebig weit bewegen auf einer Ebene oder der andere kann immer gleich zwei Stufen aufeinander bauen oder ein anderer kann auch irgendwie eine Figur vom Mitspieler killen und vom Spielfeld nehmen, wenn er in einer bestimmten Konstellation auf den zuläuft, was man da verhindern muss. Ein anderer Gott, da gewinnt man einfach, wenn man irgendwie von Ebene 2 einfach nach unten geht. Das heißt, man will verhindern, dass der irgendwie auf Ebene 2 kommt. Ich hoffe, ich habe die Sonderfähigkeiten alle richtig im Kopf, aber da gibt es im Grundspiel 30 verschiedene von. Da macht es schon Spaß, sich zu bedenken, welche beiden nehme ich, welche beiden suche ich mir aus, um damit ein cooles, interessantes Spiel zu haben. Dafür muss man das Spiel auch schon so ein bisschen kennen, aber die ersten 10 Gottheiten, die durchnummeriert sind, da kann man einfach jeden beliebigen nehmen und die gegeneinander spielen lassen. Das funktioniert dann immer. Also ein wirklich super cleveres Spiel mit auch tollem Material. Wenn man da nach Santorini googelt, dann sieht das auch ungefähr genauso aus, wie das, was man da gebaut hat. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Finde ich persönlich auch richtig, richtig, richtig gut. Und als letztes Der Fuchs im Wald. Wer den Kanal schon länger guckt, wird es schon kennen. Ein Stichspiel für zwei Personen, das ist ja normalerweise immer schwierig. Man braucht für Stichspiele eher so drei oder vier Leute. Das geht eben halt One-on-One eben auch dadurch, dass nicht alle Karten im Spiel sind. Sprich, ich weiß nicht genau, welche Karten mein Spieler haben kann. Die ganzen ungeraden Karten haben irgendwelche Sonderfähigkeiten, mit denen ich irgendwie einen Trumpf wechseln kann oder nochmal eine Karte mit einem Ablagestapel durchtauschen kann. Oder die Siebener sind irgendwie immer Punkte wert. Die will man dann auf jeden Fall besonders gerne haben. Das ist wirklich interessant, es gibt nicht so das ultimative Megablatt, wo ich einfach alles abräume, weil wenn ich alle 13 Stiche bekomme, dann bekomme ich am Ende null Punkte. Denn ich glaube so sieben bis neun, dann kriegt man halt die sechs Punkte, was das Maximum ist, bekomme ich aber noch einen Stich mehr, bekomme ich null und mein Mitspieler sechs Punkte. Sprich, mein Ziel kann es sein, bei null bis drei Stichen zu bleiben, sprich, mein Mitspieler die ganzen Stiche irgendwie zu geben. Der merkt das aber natürlich auch irgendwann und dann versucht er vielleicht doch so zu spielen, dass ich irgendwie vielleicht noch irgendwie den vierten Stich bekomme, um dann nur einen Punkt zu bekommen. Er hat dann nur sieben bis neun Stiche, bekommt dann die maximale Punktezahl. Wenn man es einigermaßen gut kann, das ist wirklich ein cleveres Spiel, wo man wirklich merkt, ah, der spielt jetzt so und verdammt, ich muss jetzt irgendwie kontern. Auf jeden Fall auch ein Spiel, das auch super gut für den Urlaub oder so eine Reise geeignet ist, wo man halt so immer mal wieder Partie um Partie um Partie spielt, auch nach und nach lernt, worauf es ankommt, wie man wirklich clever spielt, aber das Spiel eben auch nie 100% meistern kann, weil eben immer doch so ein bisschen Zufall da drin ist, welche Karten der Mitspieler jetzt wirklich hat. Man aber auch schon versuchen kann, das so rauszulesen, sich alle Optionen offen zu halten. Also ich finde das super, super, super gut umgesetzt und das waren dann meine Spiele für zwei Personen, die so bis zu einer halben Stunde dauern, kreuz und quer eigentlich alles Mögliche dabei, hat eben auch wirklich so viele Logik-Spiele, sowas wie Santorini oder eben Hive, aber auch schon so Sachen, die eher so in Richtung größeres Euro-Game gehen, aber dann doch ein bisschen abgespeckt sind, wie eben zum Beispiel Agricolant, das liebe Vieh, oder auch Istanbul, das Würfelspiel, das eben auch wirklich sehr einfach gehalten ist, Splendor als Engine-Bilder, Patchwork als Puzzlespiel dabei, Lost City so als Zockerspiel. Ich habe sie eben schon mal alle vorgestellt. Ihr werdet sicher auch noch andere tolle Spiele kennen, die so in maximal einer halben Stunde gut zu zweit spielbar sind. Schreibt die gerne in die Kommentare, guckt dementsprechend auch mal in die Kommentare, was da andere noch so für Empfehlungen gegeben haben oder was sie auch schon teilweise zu den Spielen geschrieben haben, die ich so vorgestellt habe. Und dann freue ich mich, euch bald in meinem nächsten Video wiederzusehen, wo es denn halt um Spiele geht, so 30 Minuten bis 60 Minuten, also schon ein bisschen größer, ein bisschen anspruchsvoller. Und wie gesagt, guckt auch sehr, sehr gerne in meinen Spieleburg-Videos vorbei. Wie gesagt, der Laden hat leider gerade zu, macht super wenig Umsatz. Wenn ihr da Spiele findet, die euch gefallen, die ihr da bestellen würdet, wäre ich persönlich da super, super dankbar für, weil wenn es den Laden nicht mehr in Göttingen geben würde, dann wäre das echt sehr, sehr, sehr traurig. Und ich drücke da alle Daumen, dass es irgendwie gut geht, dass man gut durchkommt. Und auch ihr bleibt gesund, bleibt zu Hause, wascht euch die Hände und dann war es das von mir. Ich sage bis bald und tschüss. und tschüss. und tschüss. und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020